KUMMQUATZ Ja na, weißt du, wo unser Nachname herkommt? Du meinst Kumquatz? Ja, genau. Ich sag es dir. Der Name Kumquatz kommt von dem leckeren Kumquatzkäse. Wo hast du das denn hier? Eine Kumquatz ist eine kleine orangene Frucht. Also sozusagen ein Früchtchen, so wie du manchmal. Ah, aber so eine Frucht gibt es doch gar nicht. Oder hast du schon mal eine gesehen? Gesehen noch nicht, aber davon gehört. Siehst du, es ist doch ein Käse. Pedro, so kommen wir nicht weiter. Wir fragen mal die Zuschauer. Kommt der Name Kumquatz von einer Frucht oder ist das Käse? Ja, das ist doch Käse. 國安. Ja, das ist doch immer hin. ... Untertitelung des ZDF, 2020